Ich freue mich, dass Sie den Weg so zahlreich in die dunkle Halle gefunden haben und ich werde mich bemühen, dem Ernst der Situation gerecht zu werden. Ich bin der letzte Speaker. Es soll also weder trocken noch zu technisch werden. Insofern werde ich mich also darauf beschränken, in bunten Bildern wenig Klarheit, viel Irrtum und ein Fünkchen Wahrheit darzubieten. Und nicht zuletzt deswegen, weil das, worüber ich sprechen möchte, nur ein kleiner Ausschnitt meines Standardthemas ist. Das habe ich ja, nicht ganz ungeschickt, sehr breit gewählt. Das asiatische Jahrhundert, haben Sie vorhin gesehen, meine Trilogie vor zehn Jahren erschienen bei Campus. Warum Trilogie? Nun, weil Asien bekanntermaßen sehr, sehr groß ist, aber immer noch sehr heterogen, was sich viele Menschen gar nicht so klar machen. Und deswegen, wenn man mal die Landkarte anschaut, sich diese riesige eurasische Landmasse vor Augen führt, wo einem der indische Subkontinent quasi in den Bauch hineinragt, dann ist es schon befremdlich, dass in der deutschen Sprache Indien wohlgemerkt nur ein Subkontinent ist. China ist nur ein Land und das sind beides Regionen, die sich mal sinngemäß von Narvik bis Tunis und von Lissabon bis Warschau erstrecken. Also nur, dass sie ein Gefühl für die Vielfalt bekommen. Deswegen die grobe Einteilung Ostasien. Das ist eben China mit den Trabanten, möchte ich mal sagen, drumherum. Taiwan, Japan, Korea. Darauf werde ich nachher ja sehr detailliert eingehen, weil nach langen Jahren des Wartens diese Region endlich wieder im Fokus steht und zwar nicht nur börsentechnisch. Ich weiß, Abenomics hat ein ziemlich positives Sentiment ausgelöst, aber es geht auch um geopolitische Themen, geostrategische Themen. Das ist also Ostasien, aber dann haben wir eben auch Südasien, der indische Subkontinent mit seinen Trabanten drumherum. Vorsicht, so ein Trabant kann auch schon mal 150 Millionen Einwohner haben. Denken Sie an Bangladesch und Pakistan und so weiter. Und in der Mitte schließlich eine äußerst spannende Region, Südostasien. Besteht zum einen aus dem Festlandsockel, wo wir eben die alte Khmer-Kultur haben, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapur und so weiter. Und dem sehr, sehr großen und auch oft unterschätzten Indonesien, 240 Millionen Einwohner, größtes muslimisches Land der Welt und den Philippinen. Das sind tausende von Inseln, sehr rohstoffreich und so weiter. Sie merken schon, da ist Spannung und Spaß im Übermaß vorhanden, wobei vor allem Südostasien aufgrund der enormen wirtschaftlichen Integrationskraft eine sehr große Bedeutung gewonnen hat. Wenn Sie an die AFTER, die Asian Free Trade Area denken, die im nächsten Jahr vollzogen sein soll. Das ist schon mal ein Binnenmarkt mit knapp 700 Millionen Einwohnern, mit Ländern, die einen sehr hohen Entwicklungsstandard haben, wenn Sie sich Singapur mal veranschaulichen, mit das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Natürlich gibt es auch arme Länder in der Region, Laos, Kambodscha und so weiter. Aber das ist ein gewaltiger Binnenmarkt, auf den sich die meisten asiatischen Unternehmen seit Jahren sehr sorgfältig vorbereitet haben und der auch immer mehr Sogwirkung in Asien erzielt. Nicht zuletzt deswegen haben eben viele asiatische Länder Interesse, an dieser Asia Free Trade Area zu partizipieren. Das Schlagwort dazu heißt ASEAN plus drei. Das bedeutet, die zehn ASEAN-Länder haben mit Japan, Korea und China und da haben wir wieder unsere ostasiatischen Verdächtigen ein Freihandelsabkommen abgeschlossen und da werden wir uns gleich noch mal ein bisschen näher damit beschäftigen. Indien, das nur am Rande ist, dann bin ich auch fertig mit dem südasiatischen Teil, hat ja leider das Potenzial und die hochgesetzten Erwartungen der letzten Jahre nicht wirklich umgesetzt. Die hatten einen Good Run, wie man so schön sagte, bis vor zwei, drei Jahren, aber aufgrund vieler hausgemachter Probleme, Stichwort politische Korruption und so weiter und so weiter, die haben einfach nicht geliefert. Auch die Infrastrukturreformen, die sehr, sehr notwendig gewesen wären. Nach Schätzungen der Asiatischen Entwicklungsbank kostet die marode Infrastruktur in Indien pro Jahr bis zu vier Prozent BIP-Wachstum. Jeder zweite indische Wassertropfen, jede zweite Kilowattstunde versickert dort im Boden und süffisant gesagt, was helfen mir die neuesten Clean Room Facilities in Bangalore, die neuesten SAP-Fabriken und neue Flughäfen, wenn ich trotzdem noch acht Stunden vom Flughafen in die Stadt brauche. Das ist also das Problem von Indien. Mal gucken, wie die Wahl ausgeht, die läuft ja jetzt gerade an. Modi wird wahrscheinlich gewinnen. Er behauptet zumindest, er wird die verkrusteten Strukturen der Kongresspartei ein für alle Mal aufbrechen. Naja, haben wir schon häufiger mal gehört. Also Indien können wir für heute getrost beiseite lassen und uns also ganz auf Ostasien fokussieren, aus mehreren naheliegenden Gründen. Schon seit dem Beginn des asiatischen Jahrhunderts, was ich ja so vollmundig angekündigt habe, ist Ostasien im Zentrum und auch führend und auch zeitlich waren es die Ersten, die diesen Aufstieg Asiens zur globalen Wachstumslokomotive verursacht und ausgelöst haben. Und da ist also auch die größte Dynamik zu verzeichnen. Sie erinnern sich alle an die lustigen 80er Jahre, zu der ich eben auch in der Zeit hatte ich das Vergnügen, in Japan zu leben und zu arbeiten. Das waren spannende Zeiten. Der Nikke ging auf die 40.000er Marke zu, ein Quadratmeter Ginza, das ist die Hauptverkehrsstraße in Tokio, war so viel wert wie die gesamte Münchner Innenstadt, wenn nicht gar noch den Steinberger See dazugenommen. Das waren also wirklich lustige Zeiten und das alles in gerade mal 10, 15 Jahren. Noch in den 60er Jahren war Japan relativ weit hinten, also nicht gerade Entwicklungs- oder Schwellenland, aber sowas in der Art. Jedenfalls war 1945 eine ganz starke Zäsur gewesen, die Stunde Null. Und jetzt möchte ich mich langsam an das Thema heranrobben. Der Beginn des asiatischen Jahrhunderts in meinem Dafürhalten und auch des Aufstiegs Asiens liegt eben nicht in der Stunde Null 1945, sondern da müssen wir nochmal 40, 50 Jahre zurückspulen und uns einen sonnigen Sonntagnachmittag im Jahre 1863 vorstellen, als Commander Perry mit seinen schwarzen Schiffen in die Bucht von Tokio einfuhr. Eigentlich zunächst mal um Kohlebevorratung zu verhandeln, denn kurz zuvor war die Dampferlinie zwischen Shanghai und San Francisco eröffnet worden und gerade mal 30 Jahre zuvor hatten ja die westlichen Staaten den Chinesen gezeigt, wo der Hammer hängt, hatten sich in den Opiumkriegen dieses uralte Kaiserreich, also zweieinhalbtausend Jahre Geschichte, schöne kaiserliche Dynastien, quasi unter den Nagel gerissen. Und deswegen hatten die Japaner, die ja durchaus einen Sinn fürs Praktische haben und auch sehr anpassungsfähig sind, sich das genau angeschaut. Und als dann Commander Perry sozusagen im Stile eines MacArthur oder eines Arnold Schwarzenegger sagte, hier Freunde, ich schiebe euch den Entwurf eines Handelsvertrages auf den Tisch und I'll be back im nächsten Jahr, überlegt es euch, hatten die Japaner im Gegensatz zu den Chinesen natürlich gesagt, ja machen wir und haben diese sogenannten ungleichen Verträge unterzeichnet. Sie wurden also nicht kolonialisiert, sie mussten so ein paar extraterritoriale Rechte abtreten, auch die Gerichtsbarkeit und so weiter, aber sie haben sich eigentlich ganz gut arrangiert. Was dann folgte, sucht in der Weltgeschichte und Weltwirtschaftsgeschichte seinesgleichen, ist eigentlich nur zu vergleichen mit dem atemlosen Aufstieg Chinas seit Anfang der 80er Jahre. Und genau deswegen erlaube ich mir ein bisschen auf diesen ersten Aufstieg Japans einzugehen, weil der war und ist der Blueprint für den Aufstieg Chinas und viele andere asiatische Staaten. Mit anderen Worten, da könnten wir sehr viel daraus lernen, vor allem wie es vielleicht weitergehen wird in den nächsten Jahren. Und das sollte uns ja alle interessieren. Das ist nochmal ein Plädoyer in eigener Sache. Japan ist immerhin noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, Korea auch ganz weit vorne. Das heißt, diese drei ostasiatischen Volkswirtschaften haben enorme globale Bedeutung. Man hat es ein bisschen nach Fukushima gesehen, als die doch sehr straff gespannte Global Supply Chain ziemlich schnell in Stottern geriet. Und warum eigentlich? Nur weil im kargen Nordosten Japans mal eben so eine kleine Tsunami drüber schwappt. Also man könnte sich vorstellen, was passiert wäre, wenn nur als Beispiel zum Beispiel das Erdbeben einfach nochmal 80 Meilen weiter südlich stattgefunden hätte. Großraum Tokio, der immerhin für 45 Prozent des BIP von Japan steht, wenn der stärker betroffen gewesen wäre. Also das sind alles Dinge, die man sich vor Augen halten muss und auch ein bisschen als Erklärung dafür, dass ich hier so vollmundig über Japan, das vermeintlich weit entfernte Japan schwadroniere. Doch zurück zum ersten Aufstieg Japans. Was folgte, war eine der deutschen Gründerzeit in nichts nachstehende, unglaublich dynamische Phase zwischen 1865 und 1895. Da wird es nämlich gleich interessant. Hat Japan seine territoriale Ausdehnung um das 200-fache vergrößert. Es hat sich sozusagen über Nacht vom Mittelalter ins damals 20. Jahrhundert katapultiert. Es hat alte Strukturen überarbeitet. Es war die Meiji-Jidai, also die Revolution unter dem Kaiser Meiji. Und ähnlich wie in Deutschland entstanden große Industriegruppen. Die Saibatsu, was wir hier mit Thyssen und Krupp hatten, hatten die dort auch. Sumitomo Mitsubishi und Co. Das waren ursprünglich alles brave Sakebrauer und Seidenhändler. Aber wir wissen ja, was aus denen geworden ist. Und das fand also statt in gerade mal 30, 40 Jahren. Die Japaner waren sehr geschickt. Sie haben eben nicht ihre kulturelle Identität aufgegeben. Es gibt ein sehr schönes Schlagwort. Wahonyosei heißt es. Das bedeutet so viel wie japanisches Wesen, westliches Wissen. Und das ist eine besonders schöne Analogie, weil schon mal tausend Jahre zuvor gab es genau das gleiche Schlagwort, etwas abgewandelt. Das hieß Wahonyosei und das hieß eben japanisches Wesen und chinesisches Wissen. Und warum erwähne ich das? Das werden wir noch mal brauchen, wenn wir uns nämlich in ein paar Minuten anschauen, wie gerade die aktuelle Situation zwischen China und Japan ist. Und die Wurzel liegt nicht zuletzt in diesem Wahonyosei, denn chinesische Geschichte ist ja sehr alt, eine der letzten überlebenden Hochzivilisationen. Altes Ägypten, Mesopotamien, wissen wir alles. Mit anderen Worten, es geht so ungefähr zweieinhalbtausend vor Christus los mit der Chang-Dynastie. Damals gab es in Japan im Wesentlichen viele Büsche, vielleicht ein paar Piraten und ein paar Bauern. Und es blieb im Wesentlichen auch so bis zum sechsten, siebten Jahrhundert nach Christus wohlgemerkt, als dann die Chinesen ohne Übertreibung Entwicklungshilfemissionen aussandten, eben nach Korea, aber vor allem auch nach Japan. Japaner haben sich angeschaut, auch prima, ist er eigentlich ganz interessant. Wir importieren einfach das, was wir brauchen und was uns gefällt. Und das führte dazu, dass so gut wie alles, tut mir leid für die Enttäuschung, fast alles, was Sie mit Japan assoziieren, kommt ursprünglich aus China. Es geht los mit dem grünen Tee, mit dem Kimono, mit den Schriftzeichen, mit der Architektur, eigentlich mit allem. Und das war natürlich eine so überwältigende Flut an kulturellen Konzepten und Wissen, dass die Japaner, um nicht völlig kirre zu werden und einen letzten Rest an Selbstbewusstsein beizubehalten, eben dieses Schlagwort kreierten westliche, Entschuldigung, eben nicht chinesisches Wissen, japanisches Wesen. Und daran haben sie sich gehalten und deswegen ist in Japan dieser Gegensatz von innen und außen, Hone und Tatemai, also das Gesicht nach innen und außen, sehr, sehr wichtig, weil das wirklich der Kernbestand der kulturellen Identität ist. Und der Gestalt gewappnet haben die Japaner dann halt sehr, sehr viel übernommen, aus China, aber auch aus Korea. Korea war zu dem Zeitpunkt schon deutlich weiterentwickelt. Auf der Karte sahen sie ja, dass Korea eine Landbrücke ist zwischen China und Japan und es war einfach ein paar hundert Jahre früher zivilisiert, sprich sinisiert. Und das gefällt den Japanern natürlich auch nicht, denn was ich vorhin etwas verschlüsselt sagen wollte, sage ich jetzt aber mal ganz direkt, die haben natürlich ein etwas fragiles Selbstwertgefühl, gerade was die Chinesen und Koreaner betrifft. Und das geht sogar so weit, dass in den 80er und 90er Jahren, als ich auch in Japan lebte, da Expeditionen stattfanden. In der Gegend von Kyoto und Osaka wurden alte Königsgräber entdeckt, die sogenannten Schlüssellochgräber, das sind so Gräber, wo so schlüsselartige Wassergräben drumherum sind. Riesenaufregung hingegangen, Gräber aufgemacht, gleich wieder zugemacht und versiegelt. Diverse Teilnehmer der Expedition verstarben auf ungeklärte Weise oder wurden mit Redeverbot belegt, warum bei diesen ganzen tollen Schlüsselgräbern lauter koreanisches Zeugs drin war. Und das wollten die Japaner natürlich nicht sehen und schon gar nicht publik haben. Und vielleicht deswegen haben die Japaner ein etwas angespanntes Verhältnis zur rassischen Reinheit und zum Überlegenheitsgefühl. Und das hat ja in der Folge, wie wir uns leider noch mal näher anschauen werden müssen, zu äußerst fatalen Konsequenzen geführt, die leider noch nicht behoben sind. Im Gegenteil, die jetzt gerade fleißig neues Öl reingeschüttet wird. Und dass das nicht nur La Pur La ist und uninteressantes historisches Zeug, was ich da erzähle, dürfte, glaube ich, einen Blick auf die Handelsstatistik belegen. Wenn Sie mich denn fragen, warum es so wichtig ist, was die Japaner und Chinesen vor 100 und 500 Jahren gemacht haben oder nicht gemacht haben, dann müssen Sie sich mal die wechselseitigen Abhängigkeiten anschauen. Natürlich ist China mit Abstand der größte Handelspartner und Investitionsstandort für Japan, also noch weit vor den USA. Und umgekehrt, japanische Unternehmen haben sich sehr stark arrangiert mit dem chinesischen Markt. Es ist eigentlich auch eine schöne komplementäre Struktur, Know-how und Technologie und so weiter aus Japan, kostengünstiges Produzieren in China plus großer Absatzmarkt. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, sehr auf sehr dünnem Eis gebaut. Ich werde später noch darauf eingehen. Schulbuchstreit, seit Abe wieder an der Regierung ist, im Dezember 2012, wird wieder sehr stark die Geschichte umgeschrieben. Und das sind die sogenannten Schulbuch-Boykotte. Und zum Beispiel, als der erste Band der Trilogie erschien, eben über Ostasien 2005, da waren gerade wochenlange Demonstrationen in China, weil so Kleinigkeiten wie das Massaker von Nanjing mal eben aus dem Schulbuch gestrichen wurden. Und das hat damals schon zu enormen Importrückgängen geführt. Und auch jetzt mit den Senkaku-Inseln, was wir uns auch noch mal anschauen werden müssen, weil die Sache noch nicht ausgestanden ist, hat auch alleine im letzten Quartal 2013 zu einem Umsatzrückgang von über 34 Prozent geführt. Das sind also gewaltige Zahlen. Und man kann sich vorstellen, was da los wäre, wenn es wirklich zu einer, und das kann man leider nicht ausschließen, militärischen oder anderweitigen Konfrontation käme. Und aus all diesen Gründen ist dieser kurze, ich verspreche es, das ist wirklich kurz Exkurs in die Geschichte, sehr, sehr wichtig, weil sich wie ein roter Faden, das durch die letzten tausend Jahre zieht. Japan, ich fasse noch mal zusammen, hat also eigentlich alles aus China importiert, inklusive Sprache und Schrift. Hat mir leider auch immer Probleme bereitet, wenn man Japanisch lernt, also schreiben und lesen lernt, muss man immer die sogenannte japanische Lesung und die chinesische Lesung separat dazulernen, weil die völlig anders ist. Also das Schriftzeichen für Mond wird in Japanisch sozusagen Zuki ausgesprochen, auf chinesisch Getsu. Und wenn ich dann Getsuyobi habe, also Tag und Mond, was eben Mondtag bedeutet, weiß ich nicht, ob ich Getsuyobi oder Zuki-Yobi sage. Und das ist ein großes Ärgernis, weswegen man salopp sagen kann, geschriebenes japanisches, also schon ein bisschen schwieriger als chinesisches, als geschriebenes chinesisch, die gesprochene Sprache allerdings ist etwas einfacher. Jedenfalls haben die Japaner das Erlernte sehr schnell und tatkräftig in die Tat umgesetzt, fingen schon in der Kamakura-Jidai, wo auch der Zen-Buddhismus große Bedeutung erlangte, an ihre Umgebung mit Kriegen zu überziehen. Sie hatten sich besonders auf die Koreaner eingeschossen, weil, wie ich gerade erwähnte, die waren denen immer ein besonderer Dorn im Auge, weil sie ja sehr nah waren. Und die hatten auch über lange Jahrhunderte Stutzpunkte auf dem japanischen Festland, auf der Hauptinsel. Und das wollten die Japaner nie haben. Es gab so im 15. und 16. Jahrhundert unter Hideyoshi ein paar wirklich grauenhafte Feldzüge. Feldzüge ist ein Understatement. Das war eigentlich totaler Vernichtungskrieg, also schon damals. Und was ich eben wiedergebe, das ist unter vielen anerkannten Sinologen und Japanologen auch durchaus anerkannt, weil die einfach einen tiefsitzenden Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Chinesen haben, aber auch den Koreanern, die als Brücke fungiert haben. Und das hat sich leider nie wirklich aufgelöst. Im Gegenteil, 1895, jetzt bin ich also bei dieser Öffnung Japans, kam es zum ersten Krieg zwischen Japan und China in der Neuzeit, hat Japan sich eben Taiwan unter den Nagel gerissen und Teile von Korea. Dann ging es weiter. Japan war natürlich insofern spektakulär, weil es die erste und einzige nicht-europäische Macht war, die in kurzer Zeit auf Augenhöhe mit den damaligen Supermächten Großbritannien, Deutschland und Frankreich agieren konnte. Und als dann 1904 Japan-Russland niederrang, in einem kurzen, aber sehr blutigen Krieg, hatten sie es endgültig geschafft, also den Aufstieg in den exklusiven Club der Weltmächte und das in gerade mal 40 Jahren. Wie ich vorhin erwähnte die Entwicklung bei uns in Europa, Preußen, Deutschland und Frankreich war ja nicht ganz unähnlich. Und ich finde, wir haben das Jahr 1914 mit 2014, es ist mehr als legitim, da diese Parallele zu ziehen. Die wird auch von den handelnden Politikern selber so gezogen. Also wenn Sie Abe sich so anhören, der sagt ganz bewusst, naja, also unser Verhältnis zu China ist das wie von Deutschland zu Frankreich am Vorabend von 1914. Deutschland zur Supermacht geworden in kürzester Zeit, neidisch beäugt von der Umgebung, will seinen Platz an der Sonne und hat ihn aber nicht bekommen. Und das ist sozusagen der Mindframe, der sich leider bei diesen ostasiatischen Staatenführern jetzt breitmacht. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen, auch wirtschaftlicher Art, aber da gleicht die gute Botschaft, das ist ja doch ein Investmentkongress, nicht nur negative Art. Man kann also ganz hübsche Investments tätigen in Japan. Wie Sie sicher wissen, seit Anfang der 90er Jahre ist in Japan nicht viel Positives passiert. Da konnte ich jetzt also auch nicht so viel sagen. Insofern freue ich mich jetzt ein bisschen wieder mehr über Japan auf Investmentkonferenzen sprechen zu dürfen. Doch eins habe ich vergessen, 2010 hatte ich die Freude auf einer Investmentkonferenz in Zürich über die neue Regierung in Japan zu sprechen. Hatoyama von der Demokratischen Partei war an die Regierung gekommen und hatte, wie ich immer sagte, die Einparteiendemokratie Japan durcheinandergewirbelt, weil seit 1945 war nur eine Partei in der Regierung, nämlich die LDP. Bis dann 2010 diese Oppositionspartei in die Regierung kam, die aber leider die hochgesetzten Erwartungen nicht erfüllt hat, weil eben die überfälligen Strukturreformen nicht umgesetzt wurden. Also das Börsenstrohfeuer war damals besonders schnell vorbei und deswegen komme ich jetzt auch drauf. Zum ersten Mal seit 20, 25 Jahren konnte man letztes Jahr Ermutigendes in Japan lesen. Dank Abenomics hat der Nikkei um fast 45 Prozent zugelegt. Sie wissen ja, die drei Pfeile, den schwachen Yen hat er auch hinbekommen. Er hat halt die Bank of Japan, also die Nationalbank, ziemlich zerlegt. Der Yen hat also knapp 45 Prozent abgewertet, was sich sofort in den Unternehmensbilanzen niedergeschlagen hat, wenn Sie sich die neuesten Zahlen der japanischen Autobauer anschauen, Honda, Toyota und so weiter. Wir haben gewaltige Gewinn- und Umsatzsprünge gemacht, eben vor allem wegen dieses künstlich geschwächten Yen. Und ja, der dritte Pfeil, also das sind Strukturreformen, den versucht er zu liefern. Jetzt hat er ja gerade, also Aabe meine ich, die Umsatzsteuerreform durchgesetzt. In Japan hat es jetzt also endlich mal acht Prozent an Umsatzsteuer, was vergleichsweise wenig ist und die haben ja auch über 15 Jahre gebraucht, um das hinzubekommen. Und der vierte Pfeil, der ist Aabe sozusagen in den Schoß gefallen. Das ist der Zuschlag für die Olympischen Spiele in Tokio. Also auf den ersten Blick eigentlich alles prima oder vielleicht doch nicht. Und das ist nämlich die ganz große spannende Frage. Wie wird es in Japan weitergehen? Haben die Abenomics Bestand? Und wie wird das geopolitisch dort weitergehen? Und da brauen sich leider dunkle Wolken zusammen. Sie kennen einen der Aufhänger, das sind die Senkaku-Inseln. Das ist also eine Inselgruppe, die nicht so weit vom chinesischen Festland entfernt ist, zu 300 Seemeilen ungefähr, also deutlich weiter von Japan entfernt ist. Um die wird halt seit zwei, drei Jahren sehr, sehr viel gerungen. Und es hat dazu geführt, dass es wirklich auch eine sehr starke militärische Präsenz dort gibt, also eine Flugverbotszone und so weiter und so weiter. Am Ende des Tages geht es dort nicht nur um historische Tatbestände, sondern auch um wahnsinnig viel Energie. Sie wissen vielleicht, dass auf dem Meeresboden unter den Senkaku-Inseln Milliarden an Kubikmetern an konventionellem Erdgas und Erdöl lagern. Darüber hinaus auch noch sehr viel Methanhydrat. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Wir werden ja in der Diskussion nachher vielleicht darauf eingehen, Reindustrialisierung der USA dank der Schiefergasvorkommen, Fracking und so weiter, die wirklich ein echter Game Changer sind. Und da möchte ich nur noch mal ganz ausdrücklich darauf hinweisen, Japan und Ostasien hat letztendlich auch einen potenziellen Game Changer vor der Haustüre, nämlich diese gewaltigen Methanhydrat-Vorkommen. Methanhydrat nennen die Amerikaner Fire Ice. Das ist eben Gas, was gebunden ist in gefrorenem Wasser in großer Tiefe. Und das konnte man die letzten Jahre oder Jahrzehnte nicht so gut abbauen. Und relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit haben sich Japan und China, surprise, surprise, in den letzten fünf Jahren einen echten Wettlauf geliefert um den Abbau, also die technologische Stammtischhoheit über den Abbau von Methanhydrat. Und momentan haben die Japaner die Nase vorne. Sie haben in der Provinz Aichi vor sechs Monaten zum ersten Mal so ein Methanhydrat-Lager angezapft und immerhin für sechs Stunden Methanhydrat da abbauen können in einer Tiefe von anderthalb Kilometer. Typischerweise sind die Methanhydrat-Vorkommen noch viel tiefer. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel Japan und China immer spezielle Tauchboote, Tauch-U-Boote gebaut haben. Und der Rekord momentan liegt bei der japanischen Chikyu, das heißt kleine Teeblume. Und die ist auf 9600 Meter getaucht und kann womöglich auch diese Vorräte abbauen. Und diese Methanhydrat-Vorkommen sind in einem großen Gürtel. Die fangen unten an bei den Senkaku-Inseln und es zieht sich rauf bis zu den Kurilen, wo ja die Japaner immer noch Stress mit den Russen haben. Und um es nochmal im Klartext zu sagen, wenn es gelingen sollte, die wirtschaftlich abzubauen, dann ist das absolut das Äquivalent zum Shale-Gas. Erst dann rutscht natürlich der ganze Mittleren Osten unten durch, weil die Amerikaner ihr Shale-Gas haben. Und in Ostasien hat man eben diese Methanhydrat-Vorkommen. Warum ist das für Japan so wichtig? Liegt völlig auf der Hand. Seit Fukushima sind eben eigentlich alle 54 japanischen Atomkraftwerke abgeschaltet. Obwohl, keine Sorge, die Atomlobby dort ist sehr stark. Da wird es schon wieder weitergehen. TEPCO, der allseits bekannte Betreiber von Fukushima, der es ja auch geschafft hat, vier gerichtliche Stilllegungsbeschlüsse zu missachten und überhaupt da alle möglichen Sachen über Jahrzehnte systematisch nicht zu befolgen. Der hat jetzt die Genehmigung für den Bau eines ganz neuen Atomkraftwerks bekommen. Also das wird weitergehen, wird aber doch recht lange dauern, bis da ein positiver Effekt zu verzeihen ist. Und das ist einer der Gründe, warum Japan, das über 96 Prozent seiner Energie importieren muss, natürlich jetzt zum weltgrößten LNG-Importeur geworden ist und überhaupt halt am Topf hängt. Und das ist auch einer der Gründe, warum dieses Dreieck in Ostasien zwischen China, Japan, Korea und Russland die Manchurei von so eminenter Bedeutung ist, weil es da um sehr, sehr viel Rohstoffe geht. Und nicht umsonst hat es genau in diesem Dreieck die letzten 150 Jahre vier große Kriege gegeben. Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, aber das sollte ich vielleicht nicht tun, weil ich den Nachmittag nicht überfrachten möchte, dass die großen japanischen Kriege im 20. Jahrhundert allesamt begonnen haben mit einem japanischen Präventivschlag ohne Kriegserklärung unter der Entschuldigung oder dem Aufhänger der Energieversorgung, dass man die gewährleisten müsse, dann hat das eine gewisse Aussagekraft. Was ich damit meine, ist 1904, als die japanische Flotte in Port Arthur, das heutige Dalian, die russische Pazifikflotte in Grund und Boden geschossen hat. Dann 1942 in Pearl Harbor, gleiches Argument, Ölembargo, Energieversorgungslage gewährleisten, also sozusagen Autonomie gewährleisten. Und das sind durchaus Töne und Sätze, die heute im heutigen Japan von führenden Politikern, von Kabinettsmitgliedern durchaus in den Mund genommen werden. Das klingt dann wirklich auch genau so. Wir müssen die Versorgung mit Energieträgern sicherstellen und so weiter und so weiter. Und in Japan wird ja sehr stark aufgerüstet. Jetzt komme ich nochmal zurück zu dem Kapitelchen Börsentipp oder wie immer Sie es nennen wollen. Das hat natürlich enorme wirtschaftliche Auswirkungen. Abe, der ja schon mal 2006 an der Regierung war, ist eben ein sehr, sehr rechtsnationaler Politiker. Sein Großvater war der erste Premierminister Japans nach dem Kriege. Ein zertifizierter Kriegsverbrecher, wenn Sie so wollen. Einer der wenigen, weil da hat ja nicht viel Aufarbeitung stattgefunden. Und seine große Mission als Person, als Enkel und als Japaner ist die, Japan eben seine historische Größe und Würde wiederzugeben. Und deswegen hat er da an verschiedenen Stellschrauben begonnen, massiv gewisse Mechanismen einzuführen. Es geht damit los, dass er versucht, Artikel 9 abzuschaffen der Verfassung. Das ist von den Amerikanern in der Verfassung eingeführt worden und verbietet Japan den Krieg als politische Waffe und auch Nuklearwaffen. Und den versucht er mit einer Zweidrittelmehrheit zu kippen. Desgleichen werden da verschiedene historische Neuinterpretationen vorgenommen. Und warum ist das alles so wichtig? Jetzt komme ich auch zur praktischen Interpretation. Weil die sogenannten Reformen, die er bis jetzt angestoßen hat, nicht wirklich getragen haben. Deswegen glaube ich zum Beispiel nicht, dass Abenomics langfristig zu einem großen Erfolg führen wird. Gut, das mit dem Yen hat er ganz gut hinbekommen. Auch den Aufschwung des Nikkei, der hängt so jetzt seit ein paar Wochen allerdings bei 14.500 herum. Ich persönlich glaube nicht, um mal konkret in Zahlen zu sprechen, dass er deutlich jenseits ist, dass der 18.000 Grenze kommen wird. Also immer noch weniger als die Hälfte wie in den 80er und 90er Jahren. Und auch der Yen ist natürlich jetzt schon wieder im Visier von diversen Hedgefonds. Und wir haben einige von diesen Zeitgenossen gesagt, sie haben so eine Grenze bei 149, 150. Momentan steht er bei 141 zum Euro, also Yen-Euro. Dann könnte natürlich dieses ganze Carry-Traden wieder anfangen, was hier vor einigen Jahren gewaltige Gewinne beschert hat. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Altmeister Soros letzten November doch immerhin eine schlappe Milliarde gemacht hat, indem er auf den fallenden Yen gesetzt hat. Der hat es besser gemacht als ich, weil ich habe letzten Herbst nämlich auch schon viele Vorträge über Abe und den fallenden Yen gemacht. Aber er hat es halt in die Tat umgesetzt. Wahrscheinlich mit einem ordentlichen Hebel, so ähnlich wie Herr Hoeneß, vielleicht noch ein bisschen größer. Und na gut, dann kam halt eine Milliarde dabei raus. Aber ich weiß auch nicht. Also ich könnte mir in der Tat vorstellen, dass so bei 150 Ende Gelände ist für Euro, Yen. Und dann beginnt das große Problem. Das große Problem ist, dass dieser vermeintliche Aufschung Japans der letzten sechs bis acht Monate ein künstlicher ist und eben nicht wirklich in der Realwirtschaft stattgefunden hat. Und deswegen muss man das mit einer gewissen Sorge betrachten. Japan ist ja bis zur Halskrause verschuldet. Da ist Griechenland und der Rest Europas wirklich ein Waisenknabe dagegen. Wir haben also heute knapp 240 Prozent Verschuldung des BIP. Die gute Nachricht für uns alle und vor allem für die Japaner selbst ist natürlich die faktischer Nullzins plus über 95 Prozent der Schulden sind in japanischer Hand, weil die Japaner eben sehr duldsame Zeitgenossen sind und da brav zu ihrem Staat stehen. Aber diese schöne What-If-Überlegung, was wäre, wenn wir ein, zwei, drei Prozentpunkte mehr hätten und vielleicht doch ein paar Schulden in andere ausländische Hände geraten würden, dann sähe es nämlich gleich ganz anders aus. Und deswegen befürchte ich Folgendes und das ist jetzt auch ein bisschen auch schon kleiner konkreter Ausblick nach all diesen Einblicken, dass Abe möglicherweise wie Erdogan sein Heil in der Außenpolitik suchen wird, weil genau das ist, was Erdogan in der Türkei gerade macht. Das ist ja seit Jahrhunderten und Jahrtausenden in der Weltgeschichte erprobt. Wenn es zu Hause nicht mehr richtig vorangeht, was wäre besser als an die große Größe der Nation zu appellieren und vermeintliche oder reale äußere Feinde ins Visier zu nehmen. Und praktischerweise würde das natürlich auch zu einem gewissen Wirtschaftsaufschwung führen. Ich meine, viel von dem, was wir heute in den Zeitungen lesen, heute, gestern, morgen, erinnert uns nicht nur an 1914, sondern auch, sagen wir mal, an die 30er Jahre. Ukraine, Krim, hin und her. Also da gibt es sehr, sehr große Parallelen. Eine weitere Parallele könnte wirklich sein, na gut, vielleicht nicht gerade Autobahnbau, aber Autoproduktion, Infrastruktur, gewaltige Infrastrukturprogramme und letztendlich Aufrüstung. Und dass ich mir das alles nicht nur ausdenke, könnten Sie sich jederzeit im Internet runterladen. Letzten Sommer, passenderweise zum Jahrestag von Hiroshima, wurde das größte japanische Kriegsschiff seit 1945 in Dienst gestellt, die Izumo, 250 Meter lang, eineinhalb Milliarden Dollar teuer, ein Helikopterträger der allerneuesten Bauart, fast also bis zu 60 Helikopter und angeblich können da auch Flugzeuge drauf landen. Und apropos Flugzeuge, die Japaner sind es einfach leid, immer diese ganzen F-16 von den Amerikanern zu kaufen, weil die taugen nicht wirklich viel, sind obendrein teuer. Allein letzten November hat Japan 250 Milliarden Dollar ein Rüstungskaufprogramm genehmigt für neue Hardware. Wäre doch viel netter und schicker, wenn man das von einem erprobten heimischen Hersteller kaufen könnte und dass Mitsubishi Flugzeuge bauen kann, das haben sie nun, weiß Gott, mehr als genug bewiesen in den 40er Jahren. Und as it so happens, hat Mitsubishi nämlich das Konzept eines neuen Kampfjets vorgelegt vor ein paar Wochen. Also da passieren wirklich interessante Dinge, die einen aber doch sehr besorgt stimmen sollten. Ich möchte mal eine Lanze dafür brechen, mich nicht als völlig naiv zu bezeichnen. Natürlich glaube ich nicht, dass die Japaner jetzt, wenn sich das weiter so aufschaukelt, dann offiziell eine Kriegserklärung an China überstellen und im Vorzimmer warten und die offiziell übergeben. Das würden sie schon mal deswegen nicht machen, weil sie dafür keine historische Tradition haben. Die Tradition in Japan ist eher Präventivschlag ohne Kriegserklärung. Nein, aber sie würden es auch aus einem anderen Grund nicht machen. Es gibt ja den Kedan Ren, das ist der japanische Unternehmerverband. Der hat natürlich schon ein Interesse an einer Deeskalation. Die können einem eigentlich wirklich leid tun, denn die japanischen Unternehmer mögen das gar nicht, dass dort jetzt wirklich so nationalistische Töne angestimmt werden. Aber Abe will ja auch wieder neu gewählt werden. Er hat natürlich, surprise, surprise, die höchsten Zustimmungsquoten, die überhaupt ein Politiker hatte seit 1945. Nationale Größe, das geht immer gut. Das ist also die Gemengelage dort und deswegen befürchte ich, könnte das weitergehen. Und die große Gefahr, die ich sehe, und die ist eben in diesem kleinen Büchlein verewigt, was Sie nachher bekommen werden. Ich bin besonders stolz darauf, dass ich das eine gut mehrere Jahre geschrieben habe, aber geschrieben habe ich es letztendlich 2010. Das Buch spielt fiktiv im Jahre 2012. Und wenn Sie es gelesen haben, werden Sie sagen, wow, das ist ja so, wie wenn ich es eigentlich jetzt geschrieben hätte. Weil viel von dem, was da drin steht, ist jetzt sozusagen Realität geworden. Und ich befürchte, das könnte auch noch so weitergehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sehe die große Gefahr darin, dass irgendein Unglücksfall, ein Attentat oder auch ein kleiner Putschversuch, der in Japan auch eine große Tradition hat, irgendeine kleine Truppe von Marineoffizieren da irgendwie tätig wird oder dass sich bei den Kaku-Inseln, wo sie mittlerweile rund um die Uhr Luft- und Seeüberwachung haben, wo es jetzt schon immer mal wieder zu kleinen Berührungen zwischen chinesischen und japanischen Flugzeugen kommt, dass es da aus Versehen krachen könnte und das dann aufgrund gewisser Mechanismen mit dem Beistandspakt zu den USA zum Beispiel dann ähnlich wie im Juni 1914 da durchaus ungewollte Konsequenzen einfach voranschreiten. Klar, offiziell will es keiner, aber man muss schon sehen, dass geopolitisch und auch insgesamt politisch in China, Japan und auch Korea, bitte sehr, denken Sie an Nordkorea, vor allem an Kim Jong-un, das ist dieser freundliche junge Mann mit der Retro-Frisur, der in China gerade sehr bekannt ist, weil es gibt wohl so einen Würstelverkäufer in Peking, der ihm sehr ähnlich sieht, das haben sie ins Internet gestellt, irgendwo bei Alibaba und jetzt haben wir irgendwie 200 Millionen Klicks gehabt, haha, der sieht ja wirklich aus wie Kim Jong-un, was Kim Jong-un natürlich gar nicht lustig fand. Und gut, Alibaba kommt ja auch bald der Börsengang, das war jetzt also keine Insider-Information, aber so wird Marktmacht erzielt im schönen China. Ich meine, China, wenn ich schon dabei bin, die haben natürlich ihre weiterhin bekannten Probleme. Das Wachstum hat sich jetzt ein bisschen abgeschwächt. Goldman Sachs hat gerade die Wachstumsprognose auf 7,2 reduziert, von 7,6 zuvor. Das ist aber eigentlich jetzt nichts Bedeutendes, was wir uns ganz tief anschauen müssten. China ist in der Middle-Income-Trap, die sind einfach sehr schnell gewachsen und ist völlig klar, dass das jetzt konsolidiert werden muss. Bedeutet für uns übrigens als Investoren, auch als Direktinvestoren, nicht unbedingt nur was Negatives, weil die neue Regierung eigentlich jetzt für mehr Transparenz in der Wirtschaft sorgt. Es werden auch ein paar Pründe in der Partei abgeschaffen. Der Kampf gegen die Korruption wird relativ ernst genommen, führt auch zu tragischen Konsequenzen. Ich habe da diesen Zeitungsbericht gelesen über diese Restaurantkette, die heißt Potenz im Topf und hat in China also mehrere hundert Niederlassungen und der Werbeslogan ist, was du stärken willst. Also Sie können sich schon vorstellen, was man da so bekommt. Die haben aber einfach massivste Umsatzeinbrüche hinnehmen müssen, weil der Kampf gegen die Korruption sich auch dort auswirkt. Und da muss man sagen, der Restaurantsektor in China ist ohnehin ja sehr gebeutelt, schon immer gewesen, weil, wie Sie wissen, aufgrund der Ein-Kind-Politik ja in China ein paar Millionen Frauen fehlen. Resultate der Ein-Kind-Politik, die zwar vor zwei Jahren offiziell nunmehr suspendiert wurde, aber man kann es nicht so schnell rückgängig machen. Und leider wurde sie in größeren Städten eben auch durch die Ein-Hund-Politik abgelöst. Und das hat wiederum auch massive Auswirkungen auf den Restaurantsektor gehabt. Sie sehen also, Gastronomie wird von zwei Seiten attackiert. Das ist schade, aber kombiniert mit der Umweltverschmutzung, also Land des Lächelns ist immer noch das Land des Lächelns, noch immer sind 60 Prozent aller chinesischen Flüsse und Seen verschmutzt und so weiter. Aber man kann zumindest konstatieren, Problem erkannt, Gefahr leider immer noch nicht gebannt, aber immerhin Sie versuchen, dagegen zu steuern. Was ich damit sagen will, etwas verblümt, vielleicht ein bisschen asiatisch, von China geht nach meiner bescheidenen Meinung eigentlich keine Gefahr aus. Ich bin also durchaus so gutgläubig, den Chinesen abzunehmen, dass sie vor allem mit sich selber beschäftigt sind und einfach eine schicke 100-Jahres-Party machen wollen, 2049 zum 100-jährigen Geburtstag der chinesischen Volksrepublik. Das bedeutet, sie sind völlig happy, wenn das Pro-Kopf-Einkommen, was momentan so bei 8.500 Euro liegt, wenn das dann irgendwie bei 15.000 liegt. Und die haben nun wirklich genügend mit ihren eigenen Themen zu tun. Urbanisierung geht weiter, Urbanisierungsquote wird sich von 45 auf wahrscheinlich 65 oder 68 Prozent erhöhen. Weiterhin ziehen jedes Jahr 20 Millionen Chinesen in die Städte. Also die haben eigentlich wirklich kein Interesse an so einer großen geopolitischen Konfrontation. Natürlich, ich greife ein bisschen vor auf Ihre Fragen, kann man festhalten, es gibt immer mal wieder so kleine Rangeleien mit Vietnam, die Spratly Islands, Tibet, auch immer so Themen. Aber letztendlich geht es da immer um Arrondierung. China ist auch vom Selbstverständnis her immer das Reich der Mitte gewesen. Und deswegen bin ich zum Beispiel jemand, der keine große Sorge hat, wenn man sieht, wie das Rüstungsbudget in China sich erhöht. Ich räume ein, es ist richtig, dass die da sehr viel Augenmerk drauf legen, auch fleißig neue Waffen entwickeln. Sehr zum Ärger der Amerikaner, weil die Chinesen immer viel schneller sind, als die Vorhersagen. Die haben jetzt gerade neulich Stealth-Missiles und Stealth-Drohnen getestet. Die haben auch ganz schicke neue U-Boote, die auf Hainan produziert werden. Das ist diese subtropische Insel. Dann haben sie einen ganz schicken Flugzeugträger. Da haben sie von den Russen so ein abgefragtes Ding, die Varjak, gekauft und sehr schön umgebaut. Das machen die schon alles. Und klar wächst das Rüstungsbudget in China um 12 Prozent pro Jahr. Nur, was man nicht unter den Tisch fallen lassen darf, die USA haben immer noch ein zehnmal so großes Rüstungsbudget wie die vier Nachplatzierten zusammengenommen, wozu auch China zählt. Das muss man also in Relation sehen. Da wäre ich schon ein bisschen besorgter über die Aufrüstung in Japan und Korea. Das ist ja, habe ich Ihnen jetzt ein bisschen so unterschlagen, da vielleicht auch nur zwei, drei griffige Sätze. Südkorea war noch in den 60er Jahren eins der ärmsten Länder der Welt, hat dann wirklich im Rekordtempo, also eigentlich fast noch schneller als Japan im 19. Jahrhundert, den Sprung geschafft vom wirklich Afrika-ähnlichen Loserland zur siebtgrößten Volkswirtschaft der Welt. Die Koreaner haben natürlich ein paar Strukturen, die den japanischen ähnlich sind. Die Keiretsu, die Chebol, diese industriellen Gruppen, Samsung, Hyundai. Ich meine, Samsung ist immerhin für fast ein Drittel des japanischen, des koreanischen BIP verantwortlich. Und die sind auch alle sehr schlau. Die haben ja diesen schönen Industriepark Kaesong an der Grenze zu Nordkorea, wo die jetzt schon sehr billig fertigen lassen. Es gibt seit Neuestem auch einen zweiten Industriepark an der chinesisch-nordkoreanischen Grenze. Also das ist schon eine sehr schicke Situation dort. Und auch mal, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, einfach mal so provokativ, hypothetisch in den Raum gestellt, wenn jetzt schon Südkorea mit gerade mal 45 Millionen Einwohnern es geschafft hat, im Rekordtempo eigentlich so ein bisschen an Japan vorbei, wirklich sich da so schnell zu entwickeln, weil das Samsung die bessere Sony ist und Hyundai die bessere Toyota. Und zwar nicht nur aktientechnisch, sondern auch von den Fertigungskapazitäten her. Das ist ja seit einiger Zeit bekannt. Man könnte sich dann eben vorstellen, was wäre, wenn dann nochmal 30 Millionen Nordkoreaner dazukämen. Ich meine, wir in Deutschland wissen natürlich, wie schwierig und potenziell teuer das sein kann, so eine Wiedervereinigung. Aber auf dem Papier klingt das doch schon mal gar nicht so schlecht. Arbeitskräfte, Rohstoffe bis zum Abwinken in Nordkorea, seltene Erden, mehr als sie in 100 Jahren verbrauchen können, plus Uran, plus, plus, plus. Günstige Arbeitskräfte, trotzdem hohe Arbeitsethos, gebrainwashed, alles ganz praktisch, kombiniert mit 45 Millionen Südkoreanern. Ja, was ist denn das? Das ist ein veritables Powerhouse. Und da kann man schon wirklich sagen, da geht natürlich vor allem unseren japanischen Freunden die Muffe. Die sehen sich also von zwei Seiten in die Mangel genommen. Auf der einen Seite China, auf der anderen Seite Korea. Und deswegen hat eben wirklich kaum jemand, muss man leider festhalten, ein Interesse an diesen sogenannten Sechsergesprächen, also an einer Auflösung dieser Paralyse, was Nord- und Südkorea betrifft. Die große Gretchenfrage der Joker ist natürlich, wie tickt Kim Jong-un? Und der macht es ja schon sehr geschickt, sich so ein bisschen als unberechenbar darzustellen. Ich weiß nicht, ob das auf die zwei Jahre in der Schweiz zurückzuführen ist. Der war ja auf so einem Internat in der Nähe von Bern. Angeblich liebt er auch Käsefondue und lässt das immer mal wieder einfliegen. Spricht sogar ein paar Brocken Schweizerdeutsch, habe ich mir sagen lassen. Aber man weiß nicht so vielleicht wie der junge Mann drauf ist, aber da geht es schon auch um sehr, sehr viel Geld. Er hat ja neulich gerade auch ein Ski-Resort eröffnet im Norden Koreas. Und die Schweizer Presse hat sich natürlich dann tagelang darüber aufgeregt, dass die Tageskarte teurer ist als eine Tageskarte in Zermatt. Das fanden sie gar nicht gut, weil die waren so stolz darauf, dass diese 47 Franken in Zermatt eben so ein hoher Weltstandard sind. Und dort in Nordkorea in diesem Resort, was nur bis 1200 Meter höher drauf geht, sind es umgerechnet 87 Fränkli oder so. Also ist natürlich für die Nomenklatura konzipiert, aber alles vom Feinsten. Doppelmaier, Skilifte, irgendwelche schicken deutschen Pistenraupen und dann wollten sie irgendwas aus der Schweiz bestellen. Das durften sie aber nicht. Exportverbot. Ganz gefährlich. Ganz gefährliche Sachen. Dual Use bin ich sicher, dass da irgendwas mitgeschwungen hat. Jedenfalls dieser Kim Jong-un, nicht nur wegen seiner Retrofrisur, den muss man sicherlich im Auge behalten. Der testet ja auch laufend irgendwelche neuen Raketen, diese Radon-Raketen. Das sind umgebaute Scoot-Geschichten und da muss man schon schauen, was da passiert. Und jetzt wird es interessant, ich nähe mich auch wirklich schon dem Ende. Abe ist ein ganz ausgefuchster Außenpolitiker. Er hat eben jetzt ganz klar, weil er sich jetzt sozusagen auf China eingeschossen hat, den Schulterschluss gesucht mit den südostasiatischen Staaten, von denen wir vorhin hier gehört haben, plus Indien. Und gleichzeitig versucht er, die Amerikaner mehr ins Boot zu holen, von wegen Bündnisfall. Und da gab es eben vor ein paar Tagen eine ganz pikante Situation. Da gab es ja diesen Nukleargipfel in Kopenhagen. Und da hat dann Obama unbedingt die südkoreanische Präsidentin Park mit Abe zusammenbringen wollen. Und wie sie sich aus meiner Vorgeschichte zusammenreiben können, sind die sicher nicht grün, weil die Japaner auch in Korea gewütet haben und sich eben nicht nur in China nicht entschuldigt haben. Trotzdem hat es Obama eben geschafft. Aber meine Einschätzung ist die, kurz- und mittelfristig wird Abe weiterhin so provokativ sein, dass er Südkorea mehr in die Arme von China treibt. Und China ist ja ohnehin der Schutzpatron von Nordkorea. Das könnte also bedeuten, dass auf ein bis drei Jahre sich die Konstellation vielleicht wirklich eher Nordkorea, China und eine leichte Annäherung an Südkorea lauten könnte. Und dann haben wir eben Japan und die USA da. Und das sind, wie gesagt, massive geostrategische Umwälzungen, die wir da gerade sehen. Deswegen der etwas lautmalerische oder lautschreierische Titel dieser kleinen Präsentation, Brandherd oder Brennpunkt Ostasien. Weil, klar, Ukraine und Krim und so weiter, ist alles schlimm. Aber wir dürfen, wie gesagt, nicht vergessen, was da für wirtschaftliche Dimensionen vorherrschen. Es sind natürlich auch alles Nuklearmächte in der Region. Das sollte ich vielleicht nochmal ganz klar aussprechen. Offiziell ist Japan keine Nuklearmacht. Aber nach unzähligen Geheimdienstberichten wäre Japan in geschätzten zweieinhalb Wochen in der Lage, sich zur Nuklearmacht umzumodeln. Sie haben mehr als genug Plutonium und Uran. Einer der Gründe wahrscheinlich, dass sie so hartnäckig am Atomprogramm festhalten. Sie haben Trägertechnologie. Sie haben die feinste Hardware, die man sich denken kann. Wenn wirklich Artikel 9 von der Verfassung fällt, wird das einen richtigen Uplift geben. Stichwort Aktientipp, Aktientipp. Ich meine Titel wie Kawasaki, Heavy, Mitsubishi und so weiter sind hochinteressante Unternehmen, weil sie in Japan auch schon einen gewissen Mittelstand haben. Aber die Musik spielt immer noch bei diesen Großkonzernen. Und diese riesigen Infrastrukturprogramme, Ausbau der Werften und Flughäfen und der Hardware, das ist ein gewaltiges Investitionsprogramm. Und wenn man es nüchtern analysiert oder nach meiner Meinung bleibt auch gar nicht so viel anderes übrig in Japan. Und das könnte schon nochmal eine interessante Konstellation auslösen. China, wie gesagt, versucht das alles ein bisschen auszubalancieren, ist aber sehr mit sich selber beschäftigt. Börsenmäßig jetzt nicht so interessant, sollte ich im Abschluss vielleicht nochmal sagen. Wenn überhaupt, könnte man vielleicht daran denken, wieder in alte Titel, also der alten Industrie zu investieren, weil die sind ja in den letzten ein, zwei Jahren mit großem Abschlag gehandelt worden. Die ganzen Staatsunternehmen, wenn Sie an ICBC denken, PetroChina, Sinopec und all diese Staatsunternehmen, weil der Trend oder der Flavor of the Day, das waren eben Technologietitel, denken Sie an Tencent, Alibaba und diese ganzen Leute. Die sind jetzt aber schon latent übergewichtet, muss man sagen. Was aber auf jeden Fall gut bleiben dürfte, sind Zyklika und Konsumwerte, weil das ist ein Megatrend, der unbeirrt weiter ablaufen wird. Also sozusagen wechseln vom Wachstum um jeden Preis hin zu einer strukturierten, gesunden Binnenkonjunktur. Und da haben Sie ja den ganzen Katalog der erstrebenswerten und geförderten Industrien, Umwelttechnologie, erneuerbare Energie, Konsum, eben Infrastruktur für die Bevölkerung ausbauen. Und das sind also Titel, die auf jeden Fall interessant bleiben. Aber grosso modo ist der chinesische Aktienmarkt die letzten ein, zwei Jahre nicht so gut gelaufen. Bestenfalls seitwärts auch immer mal wieder runter. Da gibt es also in Asien, das ist so ein bisschen meine Message, durchaus noch interessantere Titel, weswegen man ja Asien immer als differenzierte Region betrachten sollte, weil dort hat man einfach auch verschiedene Trends und Tendenzen. Das ist mein Lieblingsbild. Viele von Ihnen kennen mich ja über die Jahre. Ich war ja auch mit vielen Ihrer Häuser auch schon auf Tournee seit vielen Jahren. Das ist ja mein Lieblingsbild. Tektonische Plattenverschiebung ist weiterhin im Gange. Ja, es ist nach wie vor so, dass jeder zweite Dollar im asiatischen Export von einem asiatischen Land zum anderen asiatischen Land geht. Das heißt, es wird weiterhin eine Integration und Sogwirkung stattfinden. Aber nichtsdestotrotz muss man sich weiterhin Asien sehr differenziert betrachten. Und mein Bild ist eben, natürlich gibt es immer wieder Wellengekräusel, das heißt irgendwelche Turbulenzen oder vorübergehende Krisen. Jetzt haben wir in China ja diese Anleihenkrise, weil von diesem Solarunternehmen die Anleihe nicht bedient wurde. Vor einem halben Jahr hatten sie die Schattenwirtschaft, vor einem Jahr hatten sie die Immobilienblase. Also es gibt immer irgendwelche existenzgefährdenden Krisen, die China zugeschrieben werden. Ich freue mich, im Rückblick sagen zu können, dass ich mit meiner etwas nonchalanten Haltung, dass das eben nur gekräuselt ist und die Verschiebung weitergeht, die letzten zehn Jahre eigentlich richtig gelegen bin. Und ich bleibe auch dabei. Ich glaube nicht, dass China außer Brander brechen wird. Ich glaube nicht, dass es zu einem Bürgerkrieg kommen wird. Ich glaube nicht, dass die sozialen Fliehkräfte so groß sind, dass es dieses Land auseinanderreißt. Einfach deswegen, weil das ist weder die geistesgeschichtliche noch die politische Tradition. Sie haben zweieinhalbtausend Jahre Zentralismus. Sie haben ein extrem blutiges, grauenhaftes 20. Jahrhundert gehabt. Das Letzte, was die Chinesen brauchen, ist Krieg mit ihren Nachbarn und ein Auseinanderfliegen des Landes. Und die Kommunistische Partei, lassen Sie mich der Kürze der Zeit angemessen fragen, warum sollte man die nicht mögen? Gibt es einen Grund, die nicht zu mögen in China? Es hat die nationale Größe wiederhergestellt, hat das Pro-Kopf-Einkommen verfünffacht in fünf Jahren, hat 300 Millionen Leute aus der Armut erhoben. Natürlich gibt es immer wieder Bürgerpodeste und kleine Probleme auf dem Land und Ungerechtigkeit und Korruption und all das. Aber im Großen und Ganzen ist die Kommunistische Partei die neue kaiserliche Dynastie, begründet durch Mao Zedong. Und nach wie vor, trotz aller Unzufriedenheit und wachsender Extreme, wird das, glaube ich, auch auf Kurs bleiben. Umso mehr, wenn es dann vielleicht ausgelöst durch ein um sich schlagendes Japan dann auch wieder ein äußeres Feindbild gibt, gegen das man sich verteidigen muss. Also deswegen bin ich, was China betrifft, politisch optimistisch. Indien, Pakistan bin ich weniger optimistisch. Nordkorea, Südkorea haben wir auch darüber gesprochen. Gut, und dann bleibt eben Japan. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, ich habe mit den wenigen Ausführungen versucht, das Thema mit ein paar Pinselstrichen zu beleuchten und stehe natürlich für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich persönlich glaube, in fünf bis acht Jahresfrist wird es zu einer mehr oder minder friedlichen Wiedervereinigung kommen. Bereits jetzt ist die Verzahnung gewaltig. Die taiwanesischen Unternehmer sind ja seit vielen Jahren die größten ausländischen Investoren in China. Das ist also aufs engste verzahnt. Und in Taiwan gibt es ja seit drei, vier Jahren auch politisch eine große Entspannung. Die alten Generationen, die Ku-Min-Tang-Kader sind sozusagen ausgestorben. Also da sehe ich keine große kriegerische Aktivität. Das wird, glaube ich, relativ smooth ineinander laufen. Ich fange mal andersrum an. Der militärische Komplex ist ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor in China. Die Volksbefreiungsarmee hat wirklich in allem ihre Finger drin. Und für einige Jahre war es auch wirklich nicht klar, ob die Partei das Militär lenkt oder umgekehrt. Also jetzt Xi Jinping und so weiter, die haben da wieder für klare Verhältnisse geschopft, haben auch die Flügel so ein bisschen gestutzt. Aber das ist so ein Multi-Billion-Dollar-Unternehmen in China. Also enorm einflussreich. Und deswegen sollte man das sehr wohl zur Kenntnis nehmen. Es gibt nämlich auch in China mittlerweile Generäle, die eben sagen, so jetzt reicht es aber Rache für 20 Millionen tote Chinesen. Jetzt zeigen wir mal den Japanern, wo der Hammer hängt. Also das gibt es auf beiden Seiten. In Japan, haben Sie völlig recht, haben die sehr, sehr low profile. Einfach deswegen, das hatte ich so einfließen lassen, in Japan geht es immer um Hone und Tatemai. Also das äußere Gesicht, Waren, Gesicht geben und das, was man in Wirklichkeit macht oder tut oder denkt. Und in den Augen der Japaner wurde ihnen ja vom Gewinner USA diese wirklich komische demokratische Verfassung aufoktroyiert mit diesem ekelhaften Paragraf 9 und so weiter. Aber vom Tenno selbst, Hirohito gibt es ein wunderschönes Gedicht, was jeder Japaner auswendig kann. Das geht sinngemäß so, dass eben wenn schwerer, nasser Schnee auf die Bambusblätter fällt, muss der Bambus halt geduldig sein und sich ein bisschen nach unten biegen lassen, solange bis der Schnee schmilzt und abrutscht. Das ist ein Gedicht in Kalligrafie, was er gemacht hat, zwei Tage nach der Kapitulation, wo eben seine Gottheit sozusagen seinem Volk zum ersten Mal gesagt hat, so wir müssen nochmal, was schließen wir daraus? Das ist ähnlich wie 1860, 1870, als Japan sich äußerlich anpasste, diese Verträge unterschrieben hat. Das diente vor allem darum, den Sieger ruhig zu stellen. Und aus diesem Grund hat seit 1945 das Militär ein extrem niedriges Profil. Die heißen ja übrigens auch nur Jietai. Jietai heißt Selbstverteidigungskräfte. Was bemerkenswert ist, Japan hat bereits jetzt, Stand heute, die drittgrößte Marine der Welt. Aber es ist natürlich nur eine Selbstverteidigungskraft. Also Sie können sich aneinander vorstellen, wie das dann aussehen könnte, wenn es keine Selbstverteidigungskräfte mehr sind. Und aber in der Tat ist es so, im sozialen Leben, in der Öffentlichkeit spielt das Militär überhaupt keine Rolle. Die geben sich wie Polizeioffiziere. Jetzt ist es aber wiederum so, die ganze Polizeimacht in Japan ist wiederum sehr militärisch durchstrukturiert. Also letztendlich genau das Gleiche, ob man sie jetzt sozusagen als Militär bezeichnet oder als Ordnungskräfte. Und Sie haben ja auch die Schuluniformen jetzt wieder eingeführt. Also das ist schon so ein bisschen wie in der guten alten Zeit. Und was ich damit sagen will, ist der Einfluss der Militärs ist relativ groß, aber strikt im Verborgenen und ist wohl auch nicht so groß wie in China. Also es sind schon eher die Politiker und die Wirtschaftsführer, die das dann alles zusammenführen. Es geht halt in Japan einfach um Netzwerke. Und da gibt es wirklich sehr verschwitzte Strukturen. Ich sage es auch ganz offen, steht auch im Buch. Organisierte Kriminalität, Hochfinanz, Politiker. Das ist sozusagen alles eine Mischpoke. Und Militär ist da zwar dabei, aber in relativ untergeordneter Funktion.